Und suave Muchachos, guten Morgen, hier sind wir wieder, eure Losers, ich bin der Deko und wir haben Sonntag, wir zocken ein Sea Game mit und gegen die Muchacho Army und Marvin ist tot. Hallo. Marvin und ich haben wir auf, da waren gestern ein paar Kollegen bei Marvin, der der ein oder andere mitbekommen hat Marvin glaube ich im Chat geschrieben bei uns. Und naja, die haben ihn offensichtlich dazu überredet zu trinken und damit nicht aufzuhören, als es noch hätte gut für ihn sein können und deswegen ist Marvin jetzt total weggeflext. Ja, die Familie war da, beide zwei Cousins, der Charlatan und, ja den Charlatan kennt ihr wahrscheinlich, noch ein anderer war da und alter, ganz ehrlich. Ich muss mich bedanken bei Taddle, für den geilen Lion Dance Cockma Skin, hat der Deko wieder mal große Skills bewiesen beim Außer Mystery Gift Box Team. Alles ist gelaufen. Nehmt. Ihr könntet. You can't. Port Deko. Äh, ja, dann macht ihr das Jungle Park nicht hier, oder was? Keine Ahnung. Also hier ist auf jeden Fall gerade rübergewordet worden. Hier ist alles abgewordet, das Ding. Na ja, wir gucken mal, was passiert. Oh, das ist nicht ganz so smart, weil die können einfach wechseln, das muss so gut machen. Ja, und wer ist nett? Und den Blumenfall nicht haben. Macht voll Sinn. Egal. Ich habe mir letztens bei Lolking meine Syrah-Plays angeschaut. Für Syrah, und vier games mit Syrah geranked und vier Games gewonnen. Das heißt, 100 Prozent Winrate mit Syrah. Und dann pack Syrah wieder aus und sie ist broken. Das ist jetzt diesen vier. und am anfang von 724 gezockt ist aber nicht los oder ich habe es jetzt jeden ziel ist jetzt bekommen ja ich weiß auch nicht was da los ist immer stimmt gar nicht mehr was ja alles man kann mir die einfach nerven sind echt fast so eine weite reichweite wie wie endlich schon ist das anders das ist ein krasser Portion auf jeden Fall derzeit die Autotext in ihre Nase werfen hey wir sind in diese wir sind in dieses hier ist hier wobei einen habe ich jetzt gerade verpasst ich so ich mach dich schon alleine da der Autotext bei der Karte einer von dir und einer von mir okay aber first blood für mit nun nur hat zett weggefickt ist nun nur zett weg ist nun nur mitte oder ist da noch irgendwer anders was soll ich sagen alter ich hoffe ich vergesse einfach meine ich bin level 3 ich hab nur noch in mein eh gespielt gg gg gut ich habe die runter alter wie viel leben schon verloren hat durch mein fucking Autotext Muchachos und ihr hättet Marvin sehen sollen ja er hat wir haben uns am PC gesetzt Alter wir haben richtig lange geschlafen beide wobei er noch ein bisschen länger als ich aber das ding ist er hat sich am PC gesetzt er hat mich bei Skype angerufen mit Videoaufnahme Alter fucking Schwede Marvin sieht so zerstört aus als hätte ihn 250 Kilo Neger vergewaltigt und dann komplett die Eingeweilen nach außen gestülpt so sieht Marvin aus gerade ganz ehrlich deswegen also wir nehmen hundertprozentig debutsaufnahme ich fange nicht mehr an aufzunehmen weil ich bin einfach richtig zerstört Muchachos wenn ihr ne wenn ihr ne Familie hat die euch abfüllen will am besten ihr bricht den Kontakt ab und macht nie wieder was mit denen das ist die Lösung dafür oh der Autotext ist nicht geblieben was hat er echt mit dem Ding benutzt? ja Deal? also ganz ehrlich Syrah kann richtig krass bauten mit ihren Autotext weil die Range ist wirklich broken also wenn ihr mir wieder einen neuen Supporter braucht zockt Syrah ja ja ich glaube da gibt's geilere nee fantastisch Bro ist die jetzt hier? oh wie ist das schlecht ey Muchachos wäre es nicht geil wenn live in meiner Aufnahme man Hülter und Marvin kotzen hören würde das wäre doch mal richtig chillo ey ich würde fast flashen für den flash eh eh ich sind will toll ey Digga was macht der denn da ey nice sehr schön 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 ist er da am rumlungern oder? ne was abgehauen ne was abgehauen das ist ja all zu viel HP hmm und wo ich hab noch X-O-Rost ne 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 Was? Wie schnell ging denn meine passive raus? Ähm, warum hast du mich nicht mehr weiter angegriffen? Weil, äh... Ich hätte die locker auseinandernehmen können. Weil ich hatte meine passive sogar noch bloß, ich hab die verschlafen. Damit hätte ich die massennehmen können. Ich höre sich überlegen, was ich kaufen soll, aber ich hab 1,5. Also, ne, also wir hätten auf jeden Fall maßeln können, dass wir echt falsch reagieren. Ne, ich glaub nicht. Hundertprozentig. Ich war noch ein... Ein-Auto-Attack war die sogar nur noch. Aus dem ich sie so runtergehauen und dann hat sie aber ihre Tränke benutzt. Aber ich war noch nie hundertprozentig zufrieden mit Dekor. Ich empfiehlt einfach die... das Position fehlt eben, by the way. Und, äh... ja... die Synergie mit mir so ein bisschen. Da kann man reingehen, weil nicht. Ja, weil ich rausgegangen bin. Und ich war halt auch nur noch 2 oder 3 Autotext. Woa! Ich hatte ja eigentlich nur einen Vampir-Zepter gekauft. Das war ganz klar geworden. Ähm, Meine Ulti ist ab, wenn ich jetzt mit E-Traffik rein. Nein 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 nein. wie gesagt wie gesagt hat cooles Geldschutz eigentlich auch aber wenn kommt irgendwas? ja und selbst wenn, ich habe nur eine VoltigTV ja, der könnte auch sein Geh doch rein! sehr gut den kannst du auch noch vergewaltigen na, mit EXO es wird schwer oh, nice sehr nice das sind die Blaze, die kann man nur besoffen Drunken Master ja, sag's euch Drunken Master Blaze übrigens richtig geiler Film aber dürfen halt nicht alle kennen mit Jackie Chan kennst du dich? wie du kennst den nicht unglaublich unglaublich Klassiker von Jackie Chan guck mal was ich jetzt im Text schreibe und sich schämen jetzt ehrlich, Muchachos ich bin gerade am Beispiel tut das nicht ganz ehrlich, tut das nicht ich glaube die Muchachos sich gerade auch auch gerade fragen was sie nicht tun sollen ihr seid dann so abgefuckte Wichser ey deswegen wenn ihr die Möglichkeit habt ok, wenn ich unbedingt jetzt zum Geburtstag ist oder so dann chillt einfach zockt, was weiß ich und trinkt nichts ja ok, so krass wie du muss man sich jetzt wirklich nicht wegsausen ich meine wir waren doch sogar Donnerstag sausen und da warst du ja richtig nüchtern komm come on ey please ey bitches ich will ich will einen Kill haben und nicht immer nur Supports ich weiß nicht, ich habe drei Eintrissen bei mir los der Tauber hier dürfte down sein ja ich komm von der Seite ready ready na egal, nehmen uns den hier vor na egal, nehmen wir uns den hier vor na 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 Was? Alter der Schaden. Bleck mir die Eier! Nice. Ja, der Nuno spielt gar nicht so schlecht, by the way. Der macht Schaden wie so ein kranker Bastard, Alter. Die einzige Scheiße, die er macht, dass er Bock Nuno spielt und die ganze Zeit wieder schlacht. Aber es hält sich eigentlich noch in Grenzen mit dem Lachen bei ihm. Wer war das? Ich glaube, das war Dreezy immer, oder? Der immer so gelacht hat. Wer ist das jetzt? DDG Reloaded? Keine Ahnung, wer das sah. Das war er, das ja auch. Okay, Blue. Blue hol ich mir als Cockroach natürlich gerne. Ich habe jetzt auch ganz gut Kohle. Alter, bei uns läuft es richtig gut, ne? Bloß, dass ich mehr Kids habe als du und GG. Lion Dance, guck mal! Ich finde diese Raketen, die fliegen richtig geil. Ich gehe mal in die Mitte besuchen. So, dann habe ich jetzt entweder Blade of Rune King voll, oder ich hole mir BF Sword. Ich glaube, ich baue lieber erstmal fertig und baue als nächstes BF Sword. Drei Pots, Pots nicht vergessen, Pots sind wichtig. Voll der Overkill, äh. Ja, lieber zu viel als zu wenig, ne? Das habe ich mir gestern auch gedacht. Lieber zu viel als zu wenig. Das war vor 10 Minuten noch die Muchachos gewarnt, tut es nicht. Ja. Mal, wie die Leute reagieren, die... Der ist hier gerade am fighten. Und du ignorierst ihn voll. Was, du? Du tänzt ja herum wie die Harry Potter, alter. Ah, richtig gut, ja. Ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Warte, genau jetzt fighten? Das wusste ich nicht mehr. Oh, yeah. Harry Potter ist on my way. Nein, das war doch mein Kill, alter. Scheiß Pflanzenautattack gemacht. Oh, ich chill einfach nur. Oh, fuck. Oh, fuck. Nice, ey. Ganz ehrlich, mit Syra... Mit Syra ist es wie mit Leona. Man kann einfach so krass... Killsteam. Voll nervig. Lol, der Udi ist aber auch ganz schön behind von denen, oder? Wieso? Ich habe den Blu-Barm jetzt gerade von ihm bekommen. Jetzt bekomme ich den Blu-Barm. Jetzt bekomme ich den Blu-Barm. Der ist ja mit 8. Also ein Blu-Barm hinterher ist auf jeden Fall. Mit Syra-Support könnt ihr ruhig auf, ähm, auf, äh, AP gehen. Also, so ein Champion, das geht damit klar. Just do it. Do it, do it, do it. Just do it, do it, do it. Nice, ey. Oh, guck mal. Ich finde, guck mal richtig geil, ey. Schade, dass ich im Early so wenig Kills bekomme. Aber es läuft trotzdem. Ja, guck mal, ist wie... Ja, guck mal, ist auch ein lag-game, einfach so... Das ist halt The Vein, ist auch ein lag-game-cham. Wie stehen die denn da oben zusammen? Oh, ey, ist auch ein Job gesehen. Nooo, Zett ist weg. Ja, in 4 wird es 5 jetzt, dg. Was gibt's denn? Achso. Ja, ich komme. Ähm, pusht du die Bot-Line noch mal weiter? Dann wäre eigentlich chill, ja. Sehr schön. Alter, du wolltest mich vergewaltigen. Die vergewaltigen mich auch. Finde ich richtig gut. Ich habe 2.000 Gold. Dann gehe ich weg und kaufe eine Big Fat Sword. So, jetzt habe ich wieder noch 400 über. 400 kann ich damit nichts machen. Ich laufe wieder mit dir rum, ich mache eine Schadensquille. Ich war jetzt bei Darius eigentlich. 6-0 hat der. GG. Was? Wow. Aber das ist ein typischer Darius, ne? Darius hat nie mehr Support, weil er mit seiner Ulti einfach so durchbrettert. Als ich gesagt habe, er hat 6-0, hatte er noch 111 Farben genutzt. Jetzt hat er auf einmal 12 Farben mehr. Der hat einfach so eine riesige Minion-Wave one-hitted. Wie nennt man das? Schliatz. Schliatz. Wieso werde ich hier weggepingt? Wahrscheinlich nicht. Ich muss die Vane hin. er wird nicht langer Fackel hier, er wird nicht langer Fackel das Game ist irgendwie cool der musste rum boah, ey, so knapp wie geil egal, die gehen, die gehen, schade ach, nö, ich bin tot ey, Nunu, ne oh! oh! nein! oh mein Gott, das brauchen wir auch mit dem Schild meine Fassil einfach machen kann, ne ey, dieser Nunu einfach neben mich stellen und dann GG, ey ich komm doch auch nicht mehr raus aus seiner Scheiß-Uti das ist eigentlich auch ein netter Mid-Player, ey gerade wenn man den auf Fuller-Pay spielt, dann macht der Damage auf Thun, ne richtig krasser Damage auf jeden Fall ja aber ich würde es hassen mit Nunu zu farmen aber es müssen einfach alle aneinander dabei sein ach so, by the way, wir spielen immer noch viel mehr Stills, ne ja aber es schaffen wir also eigentlich nur Darius, Darius und Odalie müssen halt seine Ulti abbrechen, dann ich mach guten Damage die anderen denk ich mal auch wenn ich dich irgendwie beschützen kann, dann tue ich das hin Leute, ich hab vergessen mir Schuhe zu kaufen, deswegen bin ich so lahm ah, unser Wartower, kriegt noch die Schnauze ja oh, Ulti, nice oh, ich geh immer die ganze Zeit um die Schnauze ja, Kalio, schnell willkommen oh, fuck ne doch unbedingt Schuhe, äh alter ne auch ich bin tot ich bin tot Red Exhaust oh, ne ich bin tot ja ich bin tot dass du nicht mehr Brunnen bekommen hast, dass ein Autotech auf dem Ende nicht macht fuck you fuck you fuck you ich glaub, du brauchst unbedingt Schuhe, ich merk grade so, was heck, warum hab ich keine Schuhe die Frage ist mit Syrah, geht man auf die Rufenspeed Schuhe oder die AP ich bin jetzt selber mal auf AP gegangen ja, würd ich auch machen du machst da ganz ordentlich Damage so, Infinity Edge fertig oh, schlecht reingezogen leider hä? aber trotzdem Darius ist so fett, dass er selbst den nur mit full Kandalisation bekommt Kandalisation 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 Stray gleich ja, zehn Sekunden noch und oh fuck oh Nein, ich hab den Fall schon nix rausgebracht. Nein! Wieso verlieren wir diese Fights immer? Ja okay, wir waren nur 2, 3 gegen 5. Da war er, nur gekommen. Und, und Darius? Okay, vielleicht hätte er mich gebraucht, weil er wäre ja eh da lang gegangen. Loll. Haha, damn flashes, ey. Ja, als Support läuft es... Ist gar nicht mal... Z fehlt gar nicht mal so krass. Wir könnten auch ohne Z gewinnen, aber wir müssen halt wirklich 4 gegen 5 fighten. Hoppala, sorry. Ich kann die, die sind sich mit nicht entschütten, irgendwie. So ein bisschen aus Brutalizer und ein Trinity-Force, ins Kurs. Ich bin überlegen, wo nicht Barron machen sollen. Ich bin überlegen, wo nicht Barron kommen. Aaron? Ach, eine Minute dort noch. Okay, hier, hier chillen, hier chillen. Früher oder später werden die in den Gang kommen. Ich würde schon sagen, wenn das überlebt hätte, hätte ich meinen eigenen Jager an die Küste. Alter, Udi, ist hier richtig, richtig, wie halt, ey. Krieg das von mir auch richtig auf die Straße. Ach, Falle auf Amor, geh nicht auf mal wie bis jetzt. Ah, oh Gott, genau. Genau. Okay, jetzt sind 4 versus 4, ne? Jetzt müssen wir da bunten. Die Tower auf jeden Fall gletschen. No, no, muss der Backgang, ne? Nice. TGF. Darf ich sozusagen was losieren? Ersten, ersten Assist. Oh, schützen. Blubub. Nein, komm weg da jetzt. Ich hab noch Exhausten, also... Oh, nein, okay, ich gehen beide. Warte. Okay, okay. Mein 7, ich kann mir den übergroßen Stab holen. Mein übergroßen Stab? Nein, ich kann mir den übergroßen Stab holen. Alter. Darius ist Orafett. Aber wie ich auch immer sage, Darius ist ein Lane-Bully, aber im Teamfall ist er eigentlich Käse, weil er keinen möglichen Engage hat. Weil er kann ihn locker austempeln. Aber jetzt gibt's Last Whisper, das ist schon mal gut. Last Whisper, und dann, äh... fehlt mir noch... fehlt mir noch zwei Equipteile. Also hier folgen mich alle, als wäre ich Jesus, ey. Nicht mehr folgen mich, als wäre ich Jesus. Ich muss noch tanzen. Ich hole mir den Messer Rappauf, ne? Wann kommt Rappauf? Äh, Drake? Im Nest. Ja, gut, dann kann ich jedem noch die... Ich hab so eine 10, 5, 5 in der Support-Sürer, ey. Oh, die so geil. Top-Land. Durchverschmacht. Naja, zwischen Support-Sürer und AP-Sürer ist ja bei dir kein großes Unterschied. Hm, doch. Support-Item und Ward-Item sind schon schadensquellig. Ich hab's nicht dann vernachlässigt, ne? Warum zu holen? Wird jetzt keiner mehr Drake haben, oder was? Ich find's cool, dass wir, dass wir versus 5 so easy locker gewinnen. Weil die E-Lord sich ja ausgeglichen ist. Hure! Hure! Nein, da ist du da hingewiesen! Okay, wir haben alles rasiert, ne? Wir sind Gilead ab demnächst nicht durchgewandert. Naja. Ja, okay. Nuno war ja schon bei mir, ne? Vier für ein. Und Drake. Und Drake. Schleift, schleift, schleift! Was hat denn unser Sent? Na, jetzt kommen sie aber langsam zu mir. Ich hab 2300. Was kauf ich denn davon? Ein Gilded Blue, ja, gerne weiter. Wer hat hier diesen einzelnen Wolf stehen lassen? Oh ja, gute Idee. Alter, die kriegt ja ein bisschen auf die Schnauze, oder? Ja, der Raum ist geschafft wirklich mit seinem Q. Warum geht er dahinter? Das ist ein Begehr. Diese Flash ist überall. Oh fuck, die aus dem Arsch. Pass auf, pass auf, ich kann nicht für deine Sicherheit garantieren. Alter, ich mach richtig der End-Lamage gerade. Warte, zurück. Nein, nein, hier ist geworden. Schade. 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 Mann! Oh yeah. Oh, Bluboff. Ich hab 4000 Pläte, ne? Schaffe mich so zu deffen? Ja, schaffe mich. Äh... Ja, GG, ne? Ich mach meinen Wordjob eben gut. Ähm... Ein... Dragon-Lot, bis wir durchdrehen können mit diesem Dragon-Ultra-Wuff. Ach... Ich bin so fucking fett, Alter. Ich bin so fucking fucking stark. Wieso hab ich 42 AP? Hä, ich hab 0 plus 42... Wieso hab ich denn hier AP? Ja. Kannst du mir das erklären? Ach, vom Drake wahrscheinlich... Äh, vom... Warte. Ne. Vom Nashua? Vom Drake? Ich hab keine Ahnung. Nein. Fick ihn! Fick ihn! Danke. Nee, fuckorgue, f colleague ja. athletein, falk-oue, fagghe! Medium hidradtitel. Mann! Wir chased da den Chef und wir ging voll auf die Schule und so ey. Hast du echt nicht bekommen, Nunu? Ne. Ach, er kann sich schneller machen mit deinem Spell, ne? Ja. Jetzt muss ich aufpassen, dass mich nicht Nunu hier noch wegfickt. Der kleine Fick. Ne, das können wir auch noch mehr. Was? Ich muss aufpassen. Aus Dedic Chief mit ihm gegangen? Hahahaha! Hättest nicht so viel lachen sollen. Hättest nicht so viel lachen sollen! Warum, wie gehst du denn auf Dedic Chief mit? Oh, yeah! Hättest nicht so viel lachen. Hättest nicht so viel lachen. Hättest nicht so viel lachen sollen. Die haben mir von Phantom-Lancer gebracht. Die wird schon besser vom Phantom-Lancer gehen. Nee, nee. Ich find's sehr schief geil als ein Phantom-Lancer. Boah. So. Ich hoffe, ich werde euch etwas Inspiration geben, was die Supporter vielfalt anbelangt. Das Ziel der Support ist auf jeden Fall noch bei. Oh, wieso ist hier kein Blumen mehr? Oh, fuck, ich bin down. Wie seid ihr am Fighten? Bzw. die müssen da am Fighten. Das läuft bei mir, ne? Ja. Sunlight HD kommt hier nicht mehr weg. Oder ich komm nicht mehr weg. Hey, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Hehehe. Goooo. Scheine, dass Dardus nicht mehr seine Ulti hat. Die Blutungen rasieren einfach. Ey, ganz echte Blutungen sind so gebrochen. So, jetzt bin ich vor Lücke. Ich auch. Fehlt nur noch ein Trank. Also so ein Elxier. Allerdings brauche ich nur 30 für den Trank. Schön abgebrochen. Schön abgebrochen. Ohohohohohohoho. Alter, wie viel Damage der Eisball macht von... Der macht richtig... Richtigen Damage von nur nur der Eisball. Wieso war ich eigentlich grad? Ich hab auch keinen Schaden. Ich glaube, ich hatte der Exhaust drauf. Ne, hattest du nicht. Nicht? Dann war das nur nur Nulles Ulti. Ne, Nulles Ulti war ja auch nicht da. Wieso habe ich denn auf einmal kein anderes Speed mehr gehabt? Kein... Gar nichts. Wollte einfach so ein Trank. Ich musste Exhaust drauf. Ich musste Exhaust drauf gehabt haben. Ähm... Hier, ne? Warte mal. So, jetzt bin ich voll. Selbst mit äh... Ich werde nochmal einmal diesen Zaya-Gin-Bonus kriegen hier durch den Drake. Dark Wander... 2... 1... Sehr cool. 1... 1... 2... 3... 4... Ooh... 1... die die sind einfach unschlagbar richtig zerstört ich habe ja noch ein Stimmenglas warte kann ich dann beten stimmt man könnte ja eigentlich auch bei Udyr phoenix voll ausbauen, taiga voll ausbauen und dann bei Bea oder bei Schildkritte was nicht geben bämms alter geist die seiten hier alter wie du links schnitzelte da macio ich hab das überlebt ich hab das überlebt ich hab das überlebt ich hätte echt nicht gedacht dass ich das überlebe aber gg man braucht das einfach gut anstatt irgendwie auf den Tower zu gehen kriegt er doch die Schnauze was hat mich der fucking ball von Udyr 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 ne ich hab alter ich glaub ich lauf für lang alter die ganze Zeit den Tower go drauf ich hatte ihn nicht mehr wegbekommen ja Darius 1,24 läuft bei ihm ne aber ganz ehrlich man kann so leichten Darius outplayen also ich bin kein Fan von Darius ich zocke ihm niemals und drängt halt da zockt lieber gerade Jarman Jarman ist sowas von OP zur Zeit ja muchachos das war mao mit Deko mit dem neuen skin gg und das war du nur support vielleicht sie sich nicht kennen zockt sie mal die ist einfach broken und zerstörter dick äh zerstörter Marvin so schaut's aus Däumchen nach oben muchachos und reingehauen ciao